So, und da sind wir wieder neu, mit unserer Kassandra, was ist denn da los, hat sie wohl geschossen auf uns, oder nein? Wir müssen heute was erledigen, und zwar ist mir das mit der letzten Folge aufgefallen... Warte mal, das kann man sowieso vergessen, das ist jetzt unter Quarantäne da, da werden die Leute alle sterben, aber wir haben ja schon alles erledigt, wir brauchen eigentlich nichts zu tun. Ähm, ich hab mir gedacht, ich mach das Gebiet so langsam, und dann das da hier, ne? Oder machen wir es da, ich weiß, ich weiß gar nicht, warte mal. Was ist denn da so an der Agenda? Schlange im Gras, ein Geist befragen, hm, da kriegt man... Da kriegt man Cash in die Tasche, ne? Was sieht man denn auf der Karte überhaupt, den Typen? Da müssen wir den Hinweisen nachgehen, ne? Das ist ein bisschen tricky, ihn zu finden... Ja, ich würde trotzdem... Warte mal... Ne? Ach so... Dachte ich schon... Äh... Ach komm... Ja, tralala... Wo ist denn die Quest hier? No? Rot brauchen wir nicht unbedingt dann... Damit schnell reißt die schon freigeschalten, ne? Hm... Was sind die scheiß Hauptquests dazu? Warte mal... Da vorne... Dann segeln wir heute mal rüber, ne? Schön gemütlich... In den Abend hinein... Und...ja... Warte mal... So ran fliegen... Ah, fliegen, ne? Dann... Dann hier sein irgendwo... Eine Lebensaufgabe... Ich dachte mir, sie waren auch schon so... Ich dachte, sie werden auch schon sehr... Nanananananananananananana So... So, was sind die Anten website... Die brauchen wir hier, ne? Oder haben die alle zerstört, dass da keiner mehr ist? Ja, ja. Shit, Bürger. Reisegeschwindigkeit. Und los geht's. Das ist ein Dähler. Ja, das ist Spartan. Wo haben sie denn die verkrochen wieder, bitte? So, warte mal. Ist denn hier irgendwo? Ah, ist das, ne? Geist befragen. So waren wir ja schon. So, gewingen. Warum nicht blöd herumfahren? Oh, ja. So. Ein bisschen Action wäre nicht schlecht, ne? Was ist Sparta? Gibt es Bandl aus die Höhe? Ei, ei, ei. Servus. Kassandra, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit El Penor? Das erzähle ich dir später, unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Was sagst du? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Äh, vielleicht habe ich dich erwähnt. Ach du Scheiße. Ich würde mich über ein bisschen mehr Verschwiegenheit freuen. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie? Hä? Du erkennst den Speer mit nur einem Blick? Du bist kein einfacher Pilger. In Delphi ist nichts nur so, wie es scheint. Auch ich nicht. Helmut, bist du's? Mein Name ist Herodotus. Ich bin Geschichtenerzähler. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Hm. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen. Eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also, wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein, dass man der Pythia Glauben schenken kann. Was hat sie dir gesagt? Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu zeigen, diesen Krieg zu beenden. Sie sagte, der Frühling sollte sich nicht den Winter wünschen, weil er seinen Tod bedeutet. Welch Weisheit! Ich verstehe kein Wort davon. Aber deswegen ist sie ja da drin und wir stehen hier draußen. Ich erkenne eine Drohung, wenn ich eine höre. Du hast zu lange auf Kephalenia gelebt. Das gibt's nicht mehr. Und so stört. Dieser Andrang ist ja unglaublich. Kommen immer so viele Menschen, um die Pythia zu sehen? Das sind ja nicht alles gewöhnliche Leute. Jede Stadt entsendet Theoroi, heilige Botschafter, die um Hilfe für ihre Einwohner bitten. Die Pythia hat nicht nur Einfluss auf die persönlichen Schicksale der Menschen, sondern auch auf das Schicksal der gesamten griechischen Welt. Stell dir vor, wie viel Einfluss man nehmen könnte, würde man lenken, was sie von sich gibt. Sie wird von Apollon gelenkt. Natürlich wird sie das. Delphi ist nicht anhähernd so, wie es alle beschreiben. War's schon immer so? Nein. Es war einst ein offener, gastfreundlicher Ort. Aber der Krieg ändert alles. Jetzt suchen die Menschen die Pythia aus politischen Gründen auf. Prophezeiungen in Kriegszeiten treiben die Gemüter zur Gewalt. Du solltest deine Klingen besser verdeckt lassen. Blut vergießen wird in Delphi als Beleidigung Apollons verstanden. Die Strafe dafür wiegt schwer. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen. Aber diese Schlange. Ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Ha, ha, ha. Du machst Witze. Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein. Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist sie nicht genauso großartig, wie ich sagte? Ich will die Pythia sehen. Kabanabas. 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 Anah. 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 AusAPP. Anah. Ach. Anah. Anah. stood. In das Licht, das alle Schatten erleuchtet, wähle deine Frage mit Bedacht, Sterbliche, denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchende! Wie sind die Lottozahlen? Die Mutter kann man nicht auch mal planieren. Wer ist mein Vater? Ich suche meinen Vater. Meinen wahren Vater. Wer ist er? Du bist es! Aus den Visionen! Das Kind auf dem Berg! Wie kannst du das wissen? Du musst gehen. Sofort! Gehen? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, dass dich der Blick des Priesters auf Khaosos nicht in die Knie zwang. Ein Kind und seine Familie verdanken dir ihr Leben. Aber woher... Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte. Der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen! Die Prophezeiung ist dein! Du hast meine Fragen nicht beantwortet! Die Pythia ist fertig für heute. Ich gehe nicht ohne Antworten. So, du kleiner Strich, Alter. Was kommt der jetzt? Alter, mischen wir jetzt auf, Alter. Hey, Alter. Herodotos, du bist noch hier. Wo ist Barnabas? Ist da denn? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich, über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir. Sie wusste, wer ich bin. Was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Warnenbar. Warnenbar. Es ist nicht so wichtig. Vergiss es. In Fokis gibt es Leute, denen man nicht vertrauen kann, Cassandra. Aber zu denen gehöre ich nicht. Wenn du etwas erfahren hast, dann handle schnell. Die Worte der Pythia bestimmen unser Schicksal. Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Hm. Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia hatte Angst vor ihnen. Die Wachen haben sie fortgeführt. Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert. Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht. Du weißt mehr über die Pythia als ich. Wo könnte ich sie finden? Wenn sie sich nicht im Tempel des Apollon aufhält, dann in ihrem Haus in der Chora von Delphi. Wo ist es? Ich kann schlecht alle Türen eintreten, bis ich sie gefunden habe. Das Haus des Orakels sollte leicht genug ausfindig zu machen sein. Sie ist wohl die einzige, die es sich leisten kann, im Luxus zu leben. Kannst du mir sagen, wo genau die Pythia dort lebt? Ich habe gehört, dass sie am Rand des Ortes leben soll. Aber sei vorsichtig. Man wird sie bewachen. Nicht jeder sucht das Orakel mit guten Absichten auf. Werde sie alle töten. Oh yeah. So. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt. Und meine Antworten bekommen. Los mal. Cassandra, vergiss eines nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl von nötten ist. Bin ja Katzl. Wie ein Kätzchen bin ich. Auf dem heissen Blechdach. So. Ach, Söldnerin. Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht würde ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Knickknack, Alter. Pass besser auf, was du sagst, sonst landet man im Bett, ne? Oh yeah. Alles wird mit den Jahren besser, oder? Sogar du. Das Orakel sagte, wenn ich lange und glücklich leben will, muss ich jung bleiben. Im Herzen. Aber ich schweife ab. Ich brauche deine Hilfe mehr als deinen wundervollen Körper. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich, wenn wir zusammen sind. Jetzt ist es unbeschreiblich. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie halten durch das ganze Tal. Oh yeah. Ich hoffe, in deinem Alter bin ich auch noch so lebhaft. Ich bin jetzt lebhafter als jemals zuvor. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Oh, Viagra-Rezept. Also gut, ich sammle die Zutaten. Wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Na? Ich habe etwas Geld. Und Koragos hat noch mehr. Wenn du mir Bärenhoden und eine Hirschzunge bringst, kann ich das Elixier zubereiten. Ja, geil, oder? Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, ich bezahle dich gut. Und Koragos wird dir sicher auch dankbar sein. Oh ja, der wird mich vernaschen. Wo kann ich hier einen Bären finden? Es heißt, ein großer männlicher Bär lebt in einer Höhle beim Heiligtum. Okay. Gibt es Hirsche in der Nähe? Was für eine Frage. Das ist Fokis. Hier gibt es überall Hirsche. Das Elixier klingt komisch. Wo hast du davon gehört? Nun, die Pythia hat mir davon erzählt. Sie ist so weise, ein Problem zu lösen, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Ich komme bald wieder zurück. Oh yeah. Hier haben wir ein paar Stiereier holen. Ah, Bäreneier. Ah, na. Ah. Ihr wisst schon. Was ist denn das da? Ah, die Büthchen will ich jetzt nicht machen. Ich würde die... ...die alten Ramla da unterstützen. Nickerchen? Na, warte mal. Bist du. Ich dum. So, nee, warte mal. Ah, hm. Da, kwist. Ah, ja, da. Wer noch. Okay. Das ist immer so. Ah, nein. Bananen, 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 Bananen Nu hat er den, nu hat er den Nu hat er den, ist da Björnhülle Er schon gekillt, oder? Wurscht Was tut man jetzt alles für die Liebe So Vielleicht können wir mit einem Dreier starten, weiß ich nicht, ne? Das andere ist ja ein bisschen versaut, ne? So Ihr Kerl, der braucht Saft und Kraft für die ganze Nacht Da, 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 da Gehen wir Bärten jagen, Bärtenhoten suchen La, 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 la Die Bärtenhoten, Bärtenhoten edler Ella Bärtenhoten Bärtenhoten So Kollege Bratwurst Wie hat Angesicht gekocht Was sagt man Erli Schnucki So, da haben wir uns schön kastriert Haben wir uns kastriert Hoppala Ich hab ein bisschen Feuer, warte mal Alter Alter, Börn ein bisschen, ne? Reiß dich zusammen, Alter Reiß dich zusammen, ich seh's gleich vorbei Komm, komm her Komm her, komm her Ja, Bärten Ich seh was Gib mir deine Hoden Die Hoden von den Toden So Oh, yeah Bär, du ich suche Oh, wie das stinkt Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken Okay Was haben wir da? Ein Hirsch Hirsche, Hirsche, Hirsche Marcel, Hirsche Wo ist denn der? Wer braucht Bären? Ah So Ja Größer Pärle Ja 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 Oh na Eisengocken Hm Gibt's da kein Hirsch irgendwo? Wolf Ja 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 Hirsche Gibt's da weniger, ne? Ja Hirsch Ja Hirsch Gibt's da weniger, ne? Na Vanditenlager brauchen wir nicht Geht kein Hirsch Na Vanditenlager brauchen wir nicht Ja Nein Ja Ja No, das funktioniert. Das ist tot. hab. Na komm her. Es trennt doch ein bisschen. Entschuldige. Uh, ich brenne von Leidenschaft. Das schöne Leder. So. Hoppla. Ein Hirsch brauchen wir. So. Wo ist denn ein Hirsch? Oh. Ah. Der hat uns eiskart anklungen, ne? Dass du ganz der Hirsch nicht rumlaufen oder irgendwas. Kein einzigen Hirsch. Hirsch! Los, Cassandra. Das ist der Abzug suchen. Danke. Hirschieß! Hirschme... Ah. Das ist ein Tüter. Hier ja. Das ist ein Tüter. Das ist ein Tüter. Was für ein Elixier erfordert solche Zutaten. Etel Zunge, ne? Die Amore. So. Haben wir das? Das Pferdl holen. Pferdl, Nand. Reiten wir los! Oh ja. Das gefällt dir Sand. Ich flieg mal runter, Cassandra. So. Ja. Das sind viele Verbrecher. Ja, lecker mir. Na, na, na. Wir haben wieder was geschafft, ne? Dann haben wir wieder was geschafft, ne? Okay. Dann kommen wir gleich drüber. So. Ja. Ja. Dann. Dann kannst du drüber springen. Komm. Ah. Komm schon. Ja. Aufs Dach. Ja, genau. Du bist das beste Pferd überhaupt. So. Reiten. Die Lebenskraft eines sehr viel jüngeren Mannes verleiht. Gott. Er rettet mich. Ich schaff das nicht mehr. Dein Mann ist müde. Erlaube mir deinen Hunger zu stillen. Ich war noch nie mit einer Söldnerin zusammen. Nun gut. Dann zeig mir aus welchem Holz du bist. Na komm mit, Alter. Er kann nicht so gucken oder mitmachen wie er mag. Kommt, Digga. Hopp, hopp. So. Das ist ein richtiger Milchfand da jetzt, oder? Oh ja. Schau dir das an. Tage und Nächte vergehen, hm? Und... Hatte sie Spaß? Das sollte wenigstens für ein paar Tage reichen. Hart Dank, Söldnerin. Hier nimm das als Bezahlung. Du hast es dir mehr als verdient. Lymphenklinge. Ah. Geil. Ah. Warte mal hin. Ne. Ah. Inventare. Die Lymphenklinge. Wo ist sie? Da. Da. Der macht einen Spitz wie Lumpy wahrscheinlich. Der macht einen Spitz wie Lumpy. Nimm das nicht. Guck mal hin. Der macht einen Spitz wie Scheiße. Ich wusste nochmal Hochleistung aus. Äh, klare Hirschzunge. Die Hirschzunge angeblich kam und diese Zunge, äh, raus geht Dinge, die werden schon... Ja, das, das, das passt, ne, zu uns, ne? Die Kassandra ist ja so ein Stritsi, ne? Ich habe ja wieder einen Fähigkeitspunkt gekriegt. Ja, cool. Hochleistungsangriffe, okay. Boah. Weiter mal, können wir doch irgendwas so upgraden, verbessern, siehst du? Und dann hat ein Dartdinger, würde ich gerne schlägen. Das kann man erst nicht. Geschichte müssen wir jetzt bauen, guck mal, ach, schade. Jetzt hat man da zweite Luft, das können wir auch nicht verbessern. Das geht auch zu verbessern. Kann man das auch schon verbessern? Jetzt machen wir das auf maximal, ne? Sehr gut. Das ist ein Schleichangriff, ne? Das ist ein Schleichangriff, ne? Das müssen wir auch noch verbessern. Selten, da könnte man uns egal sein, die Zeit. Ja. Warte mal. Und das ist so. Nein. Keine Sander. Veranda. Ja. Schaut, dass man das nicht so durchschalten kann. Ich könnte irgendwas legendäres gebrauchen, wenn man. Besonderes. Ähm. Sammlieder. Hose. Oh. Oh. Begleitung, ne? Das ist scheiße. Ah. Darf nichts legendäres einstecken. Ah, da. Da gibt es legendären Sachen. So. Müssen wir mal. Das ist ja. Ach so. Okay. Ja, cool. Da. Zack. Wir sind so super, 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 Kassandra, super, super, aua, Kassandra, du bist nicht so super, so, sag mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge und verkloppen den Typen da hinter uns, okay, sag mal ciao.